Wer seid ihr, der ihr das Haus des Schattens zu betreten wagt? Was wollt ihr von Fürst Vermina? Wir mussten Gerüste. Anvil ist in Aufruhr. Zuerst wurde die Kapelle überfallen und jetzt, für dich der Prophet ist Ende der Welt. Die Kapelle wurde überfallen. Spätes war zu heimischen Parteiten, aber... Nimm mal den Schrein von Jaremina. Hier huldigen wir Vermina. Also in der Anfangaufnahme. Die dann plötzlich beendet war wegen plötziger Ausfall von Speicherkapazität. Ja, wir wünschen die nochmal zu sprechen. Wenn ihr mit Vermina sprechen wollt, müsst ihr dem Dedra Fürsten einen schönen großen schwarzen Seelenstein anbieten. Ja, nicht bei uns. Tschüss. Nein, dass sie leben, die töten ihr uns. Ich hab da noch. Ich habe alles gesehen. Nachdem ihr durch Verminas Augen gesehen habt, kann euch nichts mehr erschrecken. Nachdem ihr durch Verminas Augen gesehen habt, kann euch nichts mehr erschrecken. Das Anklicks dieses Baune, Baumes. Ich mach nicht mehr auf. Disco-bobo-linge-linge-linge-linge-linge-linge-linge-linge-linge-linge-linge-linge-linge-linge-linge. Ich mach unsere Ausdauer vor allen Dingen wegwerben. Nur weil ich es eine Weile habe. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Ne, brauchen wir nicht. Trefferpunkte abziehen bei Gegnern. Ja. Ah, meine linke gedämmte Hand, ey. Scheiß Ding. Was tust du da? Der guckst du mal auf die Hand. Huuu, geil. Oh mein Gott, unsere Magie reicht nicht aus. Ich würd mal sagen. Ey, der wunderschön ist eine Ortschaft. Im Nord-Östelchen. Was sagen wir das schon? Äh. Hier mal gesessen. Auf Korte. Ist der wohl Korte. Ist der wohl Korte ist. Da sind wir. Ist. Ach. Äh. 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 Es geht ja schon wieder mit mir rumgekratzt. Ja. Der Mond kommt mehr. Weil wir immer nachts die Dead Space machen. Wenn wir schon jeder 8-4 drinnen haben. Schön wär's. Wir machen ja wirklich Nacht. Spätnacht. Was ich für Grundschüler ist schon abends und sechs Spätnacht. Weil wir hektisch in Barbaris gewischt sind. Der zu mir nur da. Wow. Ho, 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 ho. Du. Ich habe von deinem Stehen. Weh weg. Berg. Stein. Felsen. Alles weg. Du Krümelmonster. Der Natur. Das war nicht. Warum nicht? Wir steigen jetzt den Berg hinab. Nein, wir stellen den Berg hinab. Nein, hinab, 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 hinab. Ich will zu der Wirtschaft. Ja, das muss doch mein alter Ego, ja. Du hast die Füße, das war's in meinem Weg. Ich glaube, weil ich da einfach noch was. Ja. Da. So, jetzt müssen wir uns irgendwie hochquälen. Ich steck die Waffe, richtig. Weil noch nicht auffallen. Nein. Wer weiß denn nicht. Da fällt überall auf. Die Milchbogen. So Milchbogen. Macht uns diesen Zaun auf. Hallo. Macht uns diesen Zaun auf. Öffne die Zaun auf. Öffne die Zeunen. Hör uns herein. Wenn ihr zu ihrem Wegstrasst, habt ihr für Neu- Schmerrasst. Fast euch kurz. Fast euch kurz. Fast euch kurz. Nein, nee, wenn du so kommst, nee, dann tschüss. Tschüss. Habt ihr in dem Leben nichts Wegschreiner gesehen? Oh mein Gott. Das ist mit einem Gespräch so abgestoßt. Ihnen kann bei den Wegschreinen von Mara der Segen der Willenskraft zuteilen werden. Ich habe überhaupt nicht gehört, was ich gesagt habe. Das ist irgendein Wald schrein, äh, irgendein Wald schrein und so. Ja, macht's gut, jetzt. Lass uns in Ruhe. Guten Abend. Noch ab. Jo, ich will die Waffe, eure Hast-Giraten ab. Ich warte. Ich warte vor allen Dingen. Ich warte auf den Tod. Engwir. Komm, erzähl uns, was du weißt. Tugendsamen-Pilgern wird am Wegschrein von Künarät der Segen der Gesch- Hä? Ist das ein Arsch quasi? Das wollen wir nicht. Ach, lass mich in Ruhe. Ja komm, wir gehen mal in so eine Bude rein, hä? Oh, blinder. Naja, es bringt den Samen, den ich gehe nicht hier. Hm, hm. Wir können ja mal rumkommen, was Sinnvolles finden. Also jetzt auch noch den Tod. Und verdammtes. Verstimmt mal ein Schwerf, oder was? Klappes, 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 Klappes. Klappes, 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 Klappes. Daraus kann man drängen. Das wird zu zacken. Ist schon echt game. Ist schon echt game. Multiplayer-mäßig. Ist schon echt game. Multiplayer-mäßig. Th-Water. Hier ist auch eine Kartoffel. Oh, oh, sie ist aber ziemlich ung. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Komm, komm. Nee, lass noch rum. Dafür mach, noch lech'n bisschen was. ine Katze. Was muss dagegen tun, ich bin die Rechtutzkarte, Ich bin jetzt den Popular, er. Wir musst denken nicht gegengelt. Mach. Ein Appel. Und nen Brief. Hey, das ist Schlüssel mit mir. Ach, schnell drauf. Verdammt drauf. Extrablatt, Kaiser und holger, am Mordet. Prozent ja das haben wir so ein bisschen leicht miterlebt war mehr schön und auch sein ich muss sagen dass man in diesem Leben in den späten Jahren Herrschaft der Mord am Kreisung dann so lesen einfach um wenn du rutschst du mit deiner Waffe ich habe keine freunde nach rechts die Stoffe das hab ich alles mitgenommen unser Ballkleid für die finale schlacht Münzen verziehen das ist schon Altersballkleid also jeder hoch und gesteppte grüne Hemmert ja komm nimmst die Muskeln es wäre sich gegen sich gegen sich selbst zu werden mit sich anziehen nicht ich wollte es wunderschöne Anklatschen von Aarhus Horst Peter naja, wir sind noch War 3 Was ist denn noch War 3 verbirgt? Sehen Sie, wenn die Lünde angeht Rossfarben, eine Wildschule und eine Spitzhacke Oh, ich hatte einen Komozellenkarten Wie gesagt Dann nimm mal alles mit Echt? Na klar Kann man nie genug haben Dünse brauchen wir auch vom Speicheln Und ein Stundenglas So müssen wir wissen, wie spät es ist Wir müssen ja auch später unsere eigene Wohnung einrichten können Eigentlich müssten wir uns Geld abarbeiten, um eine anbietig Bude kaufen zu können, aber Neee Dann müssen wir das für eine Geisterblatt machen Ja Du willst doch einen Keller mal Keller, du willst doch einen Keller Du willst doch einen Keller Das können wir uns auch kaufen, aber ich glaube bis dahin ist trotzdem noch ein weiter Weg Dann gehe ich nochmal einen Keller jetzt Astronomisch Da gehe ich mal den Keller mal her Lirin Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja Alles Alles Oh Ja Oh das gucken wir uns nicht er hat ja kommen Jakob Bruder Jakob Bruder Jakob Bruder Jakob Bruder Jakob Bruder Jakob Bruder ich kann es erreichen Ohr Rotor Hammerle so wurde später mitgenommen Nimm Melone Nimm Melone Nimm Melone Nimm Melone Komm jetzt mach ich mal verbring jetzt in die Körperhälfte Du bist die rechte Körperhälfte Du musst eigentlich auf Tränke gehen aber ich bin nicht in der Lage Körper ich würde sagen aus einem Apfel einem Brotleif einem Käserad und einem Kürbis machen wir Ausdauer wiederherstellen 14 Punkte